Ein Wasserkocher ist neben einer Kaffeemaschine und einem Toaster einer der praktischen Alltagshelfer, der in kaum einem Haushalt fehlen darf. Wer Tee und Fertigsuppen schnell zubereiten möchte, kocht Wasser im Nu in solch einem praktischen Haushaltshelfer auf. Aus Angst vor BPA oder Mikroplastik im Wasser nehmen immer mehr Menschen trotz der günstigen Preise Abstand von einem Kunststoffwasserkocher. Anstattdessen darf es ein ansprechender Glaswasserkocher sein, der auf Wunsch sogar mit Farbwechsel erhältlich ist. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Severin WK 3468 Glaswasserkocher. Bei einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter Wasser bringt der Severin WK 3468 Glaswasserkocher eine Leistung von 2200 Watt mit. Die Mindestfüllmenge beträgt 0,5 Liter. Ein herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter gehört bei dem Gerät genauso zum Standard wie eine große Deckelöffnung und die Einhandbedienung über den Knopf auf der Oberseite des Griffes. Der WK 3468 Glaswasserkocher von Severin verfügt über einen beleuchteten Sprungschalter. Somit kann der Nutzer nicht nur an der Stellung des Schalters, sondern auch an der Beleuchtung erkennen, ob das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Wasser gekocht hat, springt der Schalter nach oben. Um den Glaswasserkocher einzuschalten, ist der Schalter nach unten zu drücken. Neben der Glaskanne runden ein schwarzer Kunststoffgriff und zahlreiche Elemente aus gebürstetem Edelstahl die moderne Optik des Severin Glaswasserkochers WK 3468 ab. Laut den Aussagen des Herstellers lässt sich der Wasserkocher dank der großen Deckelöffnung leicht reinigen. Für eine sichere Bedienung verfügt das Gerät über einen integrierten Fingerschutz am Deckel sowie rutschfeste Gummifüße. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Grundig WK 5860 Glas Wasserkocher Clure 4429 Glas Wasserkocher. Der Grundig WK 5860 Glas Wasserkocher ist in weiß und schwarz gestaltet. Sein Gehäuse besteht aus Glas und Kunststoff. Das Modell bietet ein Fassungsvolumen von bis zu 1,7 Litern. Anhand der Wasserstandsanzeige ist die Füllmenge einsehbar. Der Wasserkocher kann kabellos verwendet und mit einer Hand bedient werden. Er verfügt über einen beleuchteten Ein- und Ausschalter sowie eine automatische Abschaltfunktion. Dank der Abschaltautomatik schaltet sich das Gerät nach dem Aufkochen des Wassers eigenständig aus. Der Wasserkocher befindet sich auf einer 360-Grad-Basis. Dank ihr eignet er sich für Linkshänder und Rechtshänder. Er ist mit einem Kalkwasserfilter ausgerüstet. Bei Bedarf ist es möglich, den Filter herauszunehmen und abzuwaschen. Der Deckel des Grundigwasserkochers lässt sich gemäß Hersteller weit öffnen. Das soll die Reinigung und das Befüllen vereinfachen. Außerdem ist das Modell mit einem verdeckten Heizelement ausgerüstet. Seine Leistung liegt bei 2000 bis 2400 Watt. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.